So, willkommen zurück zu Liars of Fear und zwar mit dem Kapitel Pinsel. Warum auch immer das so heißen mag, werden wir ja gleich sehen. Was, wenn du scheiterst? Ich scheitere nicht. Ignoriere sie. Ignoriere sie, jetzt ist sie nicht mehr da, schön. Aber hier können wir mal gucken. Okay. Hier passiert nichts, haben wir nochmal Glück gehabt. Krieg's allein auf dem Boden hier. Wende. Ah, ich liebe diese Räume. Im Delirium. Okay. Das zu. Okay. Besoffen. Egoistisch. Oh, Alter, was war das, ey? Das war aber voll oder nicht, war das Bild? Oh, Mann, ey. Ne, sehr geil. Alter, aber das ist ja nie los. Nein, das ist nicht richtig. Versuch mal wieder. Nicht mir das, was wir machen. Was machen wir, wenn wir verabschieden? Wir beginnen. Du bist besser, als das. Jetzt sitz dich, und diese Zeit, wir machen es perfekt. na dann wollen wir mal 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 rein auf dem boden hey what is that wait what day is it it's Sunday you mean I well why didn't you come and get me God damn it you know how I get when I'm caught up in my work die Atmosphäre wird ein bisschen anders hier alles voll geschmiert jetzt weiß ich auch warum die Kapitel Pinsel heißt Kinder in einer Ehe Ratgeber erwartet das unerwartete die Alltagsmagie der Elternschaft das neue Buch von Molly Piers ist ein Muss für Eltern die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches gesundes Umfeld für ihr Bibi schaffen wollen bestellen sie jetzt und erhalten sie einen gratis Satz motivierende Aufzeichnungen stark genug Vol. 1 und 2 Schwangerschaftsbild okay Gritzelein schön wie sich das hier mal löscht verändert ey übel zu krass ey Quietsch Quietsch Oh Mann ey Oh was hinten da Alter Alter ey das hat nicht mal ne Sekunde gedaubert alter geht das Mann alter das ist der Hammer eben stand noch der Tisch ähm wird gemäldet der Stuhl waren das noch Geeksteine jetzt ist das an der Wand gemäldet выпуск 그 Scheisse eine Kirche bothered über die Feel n ぶ în ca übel ab Na, guck mal an ey, da haben wir das Wort Kaufhaus schon. Okay, da ist weiter nischt. Läuse, Mäuse, kahle, blutige Stellen, Haare, nicht meins, wo ist die Schere? Na, ist ja geil. Sehr, 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 sehr dynamisch. Ja, aber da tut sich nix. was haben wir hier die ist klar ich gucke jetzt erstmal die schränke ok da haben wir unten ein objekt aufgenommen hier nochmal ok wie heißt das spiel ach komm ich geh jetzt nicht drauf naja ich war nicht so schlimm du hast mich wieder gebeten manchmal wunderschöne warum ich mich sogar beschäftige gut dass wir nicht beten haben was ist so lustig das ist irgendwas mit dame aber ich komm jetzt nicht so viele teils da ja war zu ist klar also müssen wir hier lang ok ok guck jetzt erstmal in die verdammten schränke hier am smarag grüne am smarag grünen bach nahe dem blau bär strauch das da lebt da eine ente und ein frick war sie auch nicht zufrieden damit dort im fluss bloß zu schnabeln riss sie herzen heraus und fraß leben mit gabeln oh mann alter ist die tür hier offen ja was steht hier oben meine liebe kannst du mich hören naja komm weiter rennen wir einfach mal da rin wo bin ich denn jetzt schnabeln 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 Center in der ring ist alter linie um welche stifte pinsel naja wie die kapitel schon sagt war pinsel naja wirklich ein bisschen zur decke alle voll geschmiert was solltet ihr da schon einen haufen bücher männlein weiblein herr zerbrochen malerlei malerei malerei so ein scheißdreck hier alles voller stifte hier oh man ey wie viele räume kommen denn hier noch ey ja hier ist wieder alles sauber ok gehen wir mal in den nächsten geilen raum schöner scheiße ich glaube ich bin der ich bin der ich bin der ich bin der oh gott ist das anstrengend haufen puppenscheiße hier war nischt wertvollet saß die da vorher auch schon auf keinen fall saß die da schon davon wüsste ich was hallo oder 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 Okay, das wird ja immer besser hier. Oh, okay. Alter. Da knallt der Schädel, Alter. Puh, übelst, Alter. Geil. Haben wir hier irgendwas? Ne. Boah, Alter. Was ist das denn? Hallo. Oh, ich bin ja zufrieden, Prinzessin. Nein, 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 dein Schiff. Wir kommen noch ein neues. Oder besser gesagt, dein Vater wird neuer Dahl. Ihr andere Dahl, kannst du ein neues Freund haben. boah, der hat doch, verdammt, Kopf, Alter. So, da ist eine Tür. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you, it was you he really lusted for. Boah, äh, sehr ekelhaft. Das wird hier immer besser, ey. Ja, zum Glück ist's zu. Ja, gib auf, wie immer. Gebt hier irgendwas auf den Boden? Nö. Oh, alter. Ist doch mal richtig krass hier drin. Ja. Das war's. Ist ja krank, Alter. Das war's. 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 Das ist ja nicht mehr normal, ey. Das war's. 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 Das war's.